Die Geschichte ist so schön, es ist eine Frau, die auf Reisen gehen will und die sich als Mann verkleidet und aufs Schiff geht und beim Captain anfeuert. Und die Frau vom Captain findet ihn dann besonders schön, diesen Camelboy und die ganzen anderen Segler auch. Und irgendwann passiert es, dass sie immer Digger wird, also er immer Digger wird, und den Doktor ruft und denkt, ich muss sterben, was ist jetzt hier los? Und dann kommt ein Kind zur Welt und dann ist sie ganz erstaunt und die Frau sagt dann irgendwann zu ihrem Kind, also sie sagt dann, glaube ich, Leben wohl, man weiß es nicht genau. Ich glaube, sie sagt Tschüss zum Captain, weil sie sagt, entweder du oder ich sind hier mit dem Spiel gewesen. Ja. 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 und sie hat mit der Kapitän zu sein, für eine Jahrzehnte. Die Kapitänin, die auf dem Maul, sie sieht, in der Grabe, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020